Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Crysis Core Final Fantasy 7 Reunion. Ähm, ich wollte noch ganz kurz ins Makonit Labor. Und diesmal werden wir uns das nicht angucken. Material Labor. Ich habe zwei, meine ich. Stille. Schlechte Belohnung. Egal, dann wollen wir Sefi Rott mal nicht warten lassen. Ähm... Oh, es ist ein bisschen warm. Ja. Kuntz! Haha! On TV, they only talk about Sephiroth's Brewery. But Sephiroth was in B-Unit! Well, our heroes are chosen by the media. Dreams... Crushed. Er möchte unbedingt ein Held sein. Tja, nun, ne? Wann habe ich denn hier schon wieder an E-Mails gekriegt? Wenn ich jeden Tag so viele E-Mails kriegen würde... Es ist in etwa so, ja. Hiermit lernen wir die Kampfhandlung gegen Butai für beendet, dass der Konflikt mit so wenig Verlusten und einem friedlichen Ergebnis beendet werden konnte, haben wir insbesondere Rang-1-Soldat Sephiroth zu verdanken. Unser Sieg wird es uns endlich ermöglichen, alle Regionen mit Makroenergie zu versorgen und sie zu entwickeln. Und Shindra wird alles in seiner Macht Stehende tun, um auch die Menschen in den entlegensten Regionen am Wohlstand der Fortschrittsgesellschaft teilhaben zu lassen. Boah, was für eine Lügenpropaganda. Ja, abbrechen. Wo muss ich hin? Was ist meine Aufgabe? Ähm, ähm, Moment, 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 was? Wo? Ahamut. Missionsbedingungen M8-1-6. Oh, wartet, was? Was? M8-1-6. Moment, das muss ich einmal genauer... Ah, nicht speichern. M8-1-6. Ja. Zu so einem Odin würde ich jetzt nicht Nein sagen, wenn ich ehrlich bin. Aber witzig, dass sie mal nicht die ganz klassische genommen haben, sondern direkt mal Bahamut und... Okay, Ilfrid war sehr klassisch, muss ich jetzt leider sagen. Aber am meisten sind es so, in den meisten Final Fantasy, wenn ich es richtig im Kopf habe, kriegt man Odin oder auch Bahamut, der so in der Mitte spielt, so wie ja auch in Final Fantasy 7. Da hat man ja, ähm, Odin erst ganz zum Schluss gekriegt. Wenn ich den hätte haben wollen, hätte ich ihn ganz zum Schluss gekriegt. Ich habe ja die Chat-Leh-Sachen irgendwann nicht mehr gemacht, weil es mir einfach zu viel wurde. Wobei, ich sage immer noch, wären die ganzen Minigames nicht drin gewesen, wäre mir der Rest gar nicht zu viel vorgekommen. Ich bin nicht fest von überzeugt. Der Rächer rächt nicht gut. Äh, nein. Hä? Achso, da unten muss ich... Na du, was machst du da, Kumpel? So, jetzt können die beiden Tülen nehmen und was bollen. Ich bin voll vergiftet, egal. So, das war jetzt drei, ne? Ja. Drei von vier, aber Rückkampf gegen Bahamut. Oh ja. Das hätte man mir auch eher sagen können. Ich will zwar eigentlich keinen Kampf gegen Bahamut, aber... Was soll ich sagen? Der Kampf war ein bisschen doof, wenn ich... Aua, wie ich bin. Ich kann jetzt Blitz einsetzen, Kumpel. Aber Blitz wird bei dir nicht so viel helfen, ne? Aber Heilung wird bei mir helfen. Aua. Aua, wie gemein, ey. Ohne Witz. Oh nein, da kann ich wieder nichts gegen ihn machen. Gegen was ist der überhaupt? Ähm, vermutlich gegen Luft und ich hab Luft einfach noch nicht. Aua. Aua. Okay, tritt mal. Alter, ist der Kampf scheiße. Ich bin ja oben in meinem Ding so überhaupt nichts anständiges, ne? Hier oben, da bei meinem... Wow, äh, das ging schnell. Ich hab doch blockiert, Mann. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, hab ich? Ich hab geproved, der Honor und so. Ja, ja, ja. Jetzt hab ich auf einmal Glück, Leute. Das ist doch bescheuert, irgendwie. Ach, Scheiße. Ähm, oh Gott, das könnte jetzt mal tot sein. Ähm, ja, ja. Ne, gar nicht mal so sehr. Ich muss aber gleich schotten gehen. Ja. Ich hab geblockt. Höller. Höller. Ähm, ich hab gerade... Ähm, ich hab gerade... Ähm, ich hab gerade... Ähm... Nein, ich hab erst noch gar nicht... noch nicht... noch nicht... Doch, hat geklappt, okay. Ach, scheiße. Ähm, au, du bist so ein Limit. Du bist so, ey. Okay, das war gut. Wo ist er denn? Mega! Ich hab noch zwei Heiltränke, das geht schon. Oh. Ich hab gewöhnt, das ist noch ein super Trank. Blocken soll gelernt sein! Boom! Boah, das war jetzt ein bisschen anspruchsvoller als die sonstigen Kämpfer. Dankeschön. Muss ich erstmal shoppen gehen. Kann das sein, dass die langsam ein bisschen zu hoch für mich werden? Eine Drei-Sterne-Mission. Eine Drei-Sterne-Mission. Uh. Ne, das mach ich erstmal noch nicht, auch wenn ich Odin gerne hätte. Für mehr kann ich's ja eh nicht ausgeben, also passt das schon. Aber zumindest haben wir jetzt Bahamut! Aber zumindest haben wir jetzt Bahamut! Dass ich mir den aber erst freischalten muss, ist schon... Wo muss ich denn hin? Ausstellungsraum für jeden beruhtes Soldat. Das ist glaube ich neu. Vielleicht muss ich da hin. Ich weiß es nur, da ist er. Da ist das Arschloch. Das ist das. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich dachte, ich wäre glücklich. Das war's. Das war's. Zu viel passiert, zu schnell. Zack. Oh ja, die ist dann schwarz. Oh ja, die ist dann schwarz. Ich hab's ja hier in der Bühne gesehen. Sie sind ja auch hier in der Bühne gesehen. Ich hab's ja hier in der Bühne gesehen. Und ich hab's ja hier verstanden. Oh ja. Und ich hab's ja hier in der Bühne gesehen. Jetzt, da Sechs zu einem Rang 1 Soldaten befördert wird, enthält er je nach jeden Kampf eine Bewertung. Je nach Kampfergebnis können TP, MP und FP regeneriert werden. Denke beim Kämpfen also an deine Bewertung. Nee. 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 Ist mir scheißegal. Ah, das wird zum Spiel. Du solltest jetzt versuchen, diese zwei Materie zu verbinden. Das sollte ... Wenn du Fragen hast ... Okay. Beispiel für eine Materiakfusion Feuer plus Eis gleich Eisrahr. Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Aha. Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Ah, Feuer. Ja. Ich werd doch nicht meine guten darauf verschwinden. Eis. BULION! Hab jetzt nicht ernsthaft ne Blitz gekriegt. Doch, ich hab ne Blitz gekriegt. Was passiert, wenn ich die eigentlich versioniere? Ähm. Wie? Wer hat denn die Logik ... Wow. Wow, Leute, wow. Ich bin ... Schockiert, wie bescheißet das ist. Jetzt hab ich ... Okay. Nix mit Eisrahr hier. Aber Ausrüstung. Ähm. Ähm. Da kann ich dann ... Ist mein Eis jetzt weg? Ne. TP Boost. Ein Gift wäre auch nicht schlecht. Stille. Wirbelattacke. Ich hab noch nichts anderes sinnvolles. Krafthieb. Okay. Ja gut, immerhin, ne? Besser als nichts. Tutorials, Ausrüstung. Aha. Oh, das war ja ... Eina. Wird sicher, dass du genug über Materiafusion kennst? Wird schon werden. Materiafusion ist noch eine neue Technologie. Er hat einige Kombinationen ... und deshalb wollen wir euch experimentieren. Mehr scheint das, als nicht gerade logisch, was die hier gemacht haben, aber okay. Alter, was schwimmt mir denn wieder Mails an Mails ran? Das ist ja unglaublich. Folgende Personen sind im Dienst für Shinra gefallen, Angeal und Genesis. Tja, was soll ich dazu sagen? Es steht da ja immer noch rum und fühlt sich cool. Ist das nicht so? Das ist das, was ich auch gehe. Um zu töten? Ein Intruder. Ich glaube, ich kann mich einblenden, oder? Maybe, I'm not sure. Was? Was ist das? Es ist stoppt? Vermutlich kriege ich jetzt voll eins aufs Maul, weil ich das getan habe. Warum? Äh, das sieht aus wie... Was? Aktivieren den Kampf. Bring's das! Mach es! Mach das! Mach das! Mach das! Oh ja! Oh ja! Oh, danke! Stopp, Säure Roboter! Du weißt nicht? Das war eine Intruder Neutralisierung. Also warum war es attackiert? Es ging nur in Berserk. Für Reasons unkannend. Naja... Ich bin ja schnell, also alles gut. Oh Gott. Sag mir nicht, Kansel ist tot. Bin dauernd vorbeigerannt. Kunsel. Man, nicht Kunsel. .. hat mich gemacht. Activating Kombat MOTORS... Ja! Got'em! Ha! Ha! Goddammit! Ha! Ha! Pauslet Resolved. Oh ja! Danke! Pieck! Ja! Und dann kommt so einer wie Cloud an und hat es nicht da reingeschafft, obwohl er so talentiert ist. What the fuck? Äh, Training. Oh no, die amtswildesten. Und unten im Foyer sterben auch alle. Ich müsste eigentlich schon wegen Befehlsverweigerung direkt mal voll die Wulle kriegen. Activating Combat Modus. Ah, take that! Huh? Ah, come on. Ah, the end! Huh? Ah, got him! Conflict resolved, mister. Oh yeah! You're not with soldier, right? What are you? Uh, well, the science department and I was just doing maintenance, huh? Alright, you got me. I was slacking. Hey. Warum sollte ich? Thank you. Das nennt man übrigens Bestechung. Zack. Oh, Direktor. I'm on the soldier. Head to the entrance ASAP. We've been massive... Massively? Good luck. Boah, dafür krieg ich bestimmt noch eine gescheuert oder so, weil ich Befehlsverweigerung betrieben hab. Aber hier waren ja auch Zivilisten in Gefahr, also... Entrance. Oh. Warum sind die Shinra-Weräte die Shinra-Bildung? Weil, ähm... Ist so? Nee, das ist jemand anderes. Das ist ein ganz neuer Feind, Zack. Gibt's, ja? Ah, okay. Activating Combat Mode. Oh, äh... Feuer. Alter, das... Aua! Ach, ich häng hier einfach fest. Das ist mein Problem. Ach, komm, echt jetzt? Oh, das wollte ich gar nicht. Hä? Alter, was? Ich werde jetzt nicht anders kämpfen, als sonst nur um irgendwelche Ränge zu kriegen oder so. Oh, da ist noch so ein Stop-Sauger. Stellt euch für euer Stop-Sauger, reift euch so an, wenn ihr so eine Leck-Tuschen habt. Oh, da ist noch mehr von denen, na gut. Ah, sag mal, ihr seid ganz schön nervig, na? Stufenaufstieg. Na gut, ich hab keine Ahnung, ob ich mich in einem guten Stufen-Dings bewege. Oh, beide erwischt. Sehr gut. Ah, warte, nein. Ich wollte das gar nicht daran verschwenden. Egal. Komplett Result. Oh. Ein Schindler-Scientist, der ein Koffie-Tecke zahnt, dann vanished. Du sagst, dass dieser Hollander und Genesis zusammenarbeiten? Ganz wahrscheinlich. Du wissen, was sie planieren? Hollander versucht zu headen das Schindler-System. Und er hat ein Schindler gebeten, und seitdem er hat ein Schindler gebeten. Er hat eine Revenge. Ich will dich gar nicht dabeihaben. Dankeschön. Du bist ein Turk, Reno. Hey, Reno. Rude. Nein, beiden? Mhm. Okay. Wie man sie irgendwie alle trifft. Die Kleine kenne ich doch auch. Oh Sisney, hi! Die war mal ne Turk. Ja Kumpel, ich muss dir leider sagen, dass Sephiroth mir gesagt wurde, der DB Matrix ist nur... Cool. Intensives Emotion... Kann man jetzt falsch verstehen, ne? Wir suchen einen Mann. Okay. Okay. Okay, wo war der jetzt hier? Hier einmal. Oh, ja. Ah, ich hätte für das zum Speicherpunkt gehen sollen. Zum Heilen. Aber was soll's. Hey! Komplett Result? Oh, ja! Thanks, man. Oh, ja. Those masked guys causing all that happy is up ahead on this screen. Wohring? Das? Ich hab' gesehen. Dankeschön. Sehr nett von dir, Kumpel. Aber... Da ist noch irgendjemand in Gefahr. Da, du! Ich hab' nichts. Sehr doof. Ich hab' keinen Schaden genommen, hab' ich nicht gemerkt. Oh, und... and I'm gonna go ahead. A real bad, bad guys with big weapon. That young lady gave us time to escape. Please, Mr. I'll please... Yes, please. Held in der Not. Okay. Damit bin wohl ich gemeint. Der möchte auch gern ein bisschen Dante sein, ne? Aua. Kommt der jetzt mit der Erinnerung oder ohne Erinnerung? Aua. Ah, der hat mir voll aufs Maul gerieben, kann das sein? Uh, okay. Das tut ein bisschen weh vielleicht. Sag mal, gehts sonst noch? Kann ich vielleicht auch mal was sehen, eventuell? Oder ist das zu viel verlangt? Ach Gott, warte mal. Boah, es hat jetzt nicht so viel gemacht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich... Okay, blocken, das wird hier ehrlich gesagt. Ich hab geblockt. Ich hab geblockt. Ich hab glaub ich grad ne Erinnerung bekommen. Naja, was soll's. Was ist das? Okay, das wird wohl doch ne Zwischensequenz. Was ist das? Wenn ich ein Kind war, ich wollte immer haben, wie ein Engel. Was ist das? Ja. Hä. Impressiv, Soldier-Erstklasse. Du hast Schicksal. Na ja, außerhalb von den Turken. Krieg ist unser Hauptsache. Hier, ein kleines Geschenk, um mir zu helfen. Mail-Adresse von Agentenbedarf erhalten. Ah. Alright, dann. Ich bin auf zum nächsten Job. Du hast auch was, oder? Ja, ich hab's. Bis wir wieder treffen. Die müssten sich doch eigentlich kennen, wenn sie im gleichen Dorf gele... Ach egal, komm. Details. Ein Sektor 8 ist klar. Komm zu Mako Reaktor 5. Hast du was gefunden? Und Gilles wurde verletzt. Also, es ist Search & Destroy? Die Armee ist mobilisierend, aber es ist noch Zeit. Du und ich werden sie finden bevor sie machen. Und... Und was? Fail. Für real? Ja, für real. Awesome! Wir werden fail. Oh mein Gott, das ist ja das Menschlichste, was Sephiroth je getan hat. Uh, einmal reinstellen, speichern! Ups. Äh, ja bitte. Oh, ich überziehe, geil. Ups. Triff dich mit Sephiroth. Oh, ich hab keine Daten hier. Na gut, meine Lieben, ich mach hier nen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir uns den Reaktor mal um. Reaktor von... Fünf? Könnte es sein, dass wir dann Iris begegnen? Mal sehen, haut rein! Bis zum nächsten Mal. ... Mal sehen!